Hallo und herzlich willkommen zum Polizeisimulator, ein neues Spiel aus dem Hause Astragon unter dem schnittigen Namen Police Simulator Patrol Officers. Wir wollen ja auch den amerikanischen Markt mitnehmen. Den Any Key habe ich noch nicht gefunden, aber ich würde sagen, wir schauen direkt mal rein und legen los. Das kann ja nur schief gehen. Gute Unterhaltung. Das Spiel ist gegenwärtig noch in der Early Access, oder das hier ist die Early Access Version. Wir legen eine neue Karriere an und unser Charakter hier, da können wir den auch aussuchen. Dann nehmen wir doch einfach mal, ähm, wie nehmen wir denn da mal? Daniel Lopez. Okay. Game Mode, Simulation, Inverted Look, Tutorials, lassen wir mal an. Wer weiß, wofür das gut sein soll, damit ihr natürlich das Spiel auch versteht. Ich bin ja in allen Spielen Profis, wisst ihr ja. Und da loggen wir uns auch schon in unseren Dienst-PC ein. Okay. Here is the district over you, where you can pick your next shift. Okay, wir können also hier unser... Aussuchen, wo wir die nächste Schicht durchführen wollen. Ich kann auch... Zwei Tage in der Woche... ...ne Auszeit nehmen. Was war denn hier? Downtown, Melting Pot. Pick a district. Es sieht mir so aus, als... Ne, die können wir gar nicht nehmen. Wir müssen also hier im Melting Pot anfangen. Und da ist ein neuer Tag im Büro. So, was haben wir denn hier? Können wir draufklicken, dann gehen wir mal rein. Und da sind wir auch schon. Bin ich mal gespannt. Und der Hinweis nochmal, dass es Early Access ist, das wissen wir natürlich schon. Ansonsten habe ich alles vor maximale Einstellungen gestellt. Das heißt, so wie es hier aussieht, wird es auch bei euch auch sehen, wenn euer PC halbwegs gut und fluffig unterwegs ist. Gucken wir mal, was wir hier so machen können. Ich habe wie immer noch nicht reingespielt. Das heißt, bei mir bekommt ihr immer die New Player Experience, nicht aus Faulheit, sondern weil das System hier im Kanal ist. Gucken wir mal, hier haben wir sogar ein Board mit Most Wanted. Aber ich nehme mal an, der Kopierer ist ganz schön laut. Wir müssen hier doch jetzt sicherlich irgendwie... Erstmal Aufträge annehmen, oder? Hallo! Hey, good dog! Nicht. Gut, dann gehen wir einfach mal... Pass mal. Wir gehen einfach mal drauf los. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was wir machen sollen. Aber wir legen einfach mal los. Das ist unser Auto... Fokusmodus. Du kannst verschiedene Dinge in den Fokus nehmen. Also zum Beispiel Fußgänger, dann Nummernschilder und so weiter und so weiter. Rechter Maustasten, intuitives Feedback. Okay. Mhm, mhm, mhm. Das wäre zum Beispiel das State of Franklin Nummernschild. Sehr gut. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite rausgelaufen, denn hier gibt es keinen Polizeiabschluss zum Besteigen. Haben wir denn unsere Ausrüstung aber schon an, ne? Ich würde sagen, ja. Oh, hier das Portal, ne? Puh. Oh. So. Äh, Akten. Ja, okay. Irgendwie fühle ich mich... Wir haben doch das Tutorial eingeschaltet, ne? Ich fühle mich trotzdem ein bisschen alleingelassen, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich vielleicht hier am Dienstrechner was machen müssen? Hau mal. Nein. Nein. Maus, Tastatur auch nicht. Äh. Äh. Gut. Erste Folge Garderole rindungslos in der Gegend rum. Garderole-Kanal seit 2009. Hier, telefonieren während das über den Bürgersteig laufen? Das geht gar nicht. Ja, mal den RP-Walk. Das kann nicht mehr laufen. Doch. Boah, ist das laut, das Spiel. Akkule Soundkulisse. Ja, nur leider kein Auto. Ich werde ja wohl schon bei der ersten Mission hier mit dem Auto unterwegs sein dürfen. Okay, warte mal. Der kriegt ein Knöllchen hier. Der steht ja hier mitten am Fußgänger. Ähm. Ich bin... Ah, Unfall. Halt. Sekunde. Bleiben Sie mal. Ich... Noch ein... Leute, was ist denn hier los? Okay, hier ist auf jeden Fall kein, äh, Bolli-Zei-Auto. Und dann gehen wir auf die andere Seite mal gucken. Au! Das war eine sehr, äh, sehr drastisches, äh, rein, ähm, Faden des Sounds. So, was haben wir denn hier? Haben wir den Menü? Shift. Settings. Controls. Äh. Ah ja, Keypad-Bindings. Call... Achso, wir könnten theoretisch... Angerufen werden. Und dann hätten wir irgendwas, was wir machen müssen. Aber... Gut. Kommen wir weiter. Ansonsten ist ja hier nix. Auf... Donuts. Hm. Okay, also am PC kann man nix machen. Mit der Dame können wir nicht sprechen. Oder? Können wir mit der reden? Warte mal. So. Nee. So, dann... Machen wir offenbar ohne Polizei-Auto zu Fuß hier... Schicht. Was steht denn da? Issue Parking-Tickets. Machen wir doch einfach mal, was da steht. No Parking. Aber hier parkt jemand. Ja, der parkt hier. Der darf doch gar nicht. Warte mal. Knöllchen schreiben. Wie geht denn das? So? Nee. Interact. Parking-Ticket. Äh. Special Parking-Zone. No Parking-Area. Da kenn ich ja nix hier. Shift and Contact Points. Earn Point based on the action of the game. Shift Point on the reward. Contact Points are... Contact Points are penalties. For example, asking for a deal without any reason will deduct your CP. Both SP and CP reward your district XP after... Okay. Mhm. Unlock Items. Right. Kein Bonus. War so falsch. Bietest du irgendeine Art von... Einfach mal weiter. Okay. Aber unsere Aufgabe ist ja, wie gesagt, Parking-Tickets. Gucken wir mal weiter. Hier haben wir also... No Parking. Achso, warte mal. Da steht ja 12 noon to 4 pm. 12 Uhr... Was ist das? 12 Uhr nachts? Nee. Noon ist... High noon, ne? Mittag. Bis 4 Post Meridiem. Wir haben montags Ante Meridiem. 9 Uhr 43. So, das heißt, wir müssen hier gucken, ob die Parkuhren voll sind oder was. Wie sehen wir denn das? Äh, nein. Valid. Okay. Valid. Wo? That car over there is wrongfully parked for facing the wrong direction. Let's issue your ticket. Okay. Ähm. Wieso darf man das denn eigentlich nicht? Jetzt mal so ganz blöd gefragt. Wo ist denn hier Interact? So. Nee. Ja, gut. Ja, hier. Warte. Sekunde. Hier vorne. Da. Da ist der Trägerpunkt. Parking Ticket. Mh. Too close. Expirate license. No parking area. Position and alignment. Wrong direction. Wird es das Spiel auch auf Deutsch geben? Lese ich da gerade in den Kommentaren. Ja, da Astragorn ja ein deutscher Publisher ist, würde ich ja mal annehmen, dass dem so sein sollte. Wird. Möge. Irgendwann mal. Oha. Das, äh, das geht aber auch nicht hier. Das geht aber auch nicht hier. Warte mal. Warte mal. Warte mal gleich. Parking Ticket. Äh. Position and alignment. On sidewalk. Bling. Perfekt. Das ist ja hier, also das geht ja wohl gar nicht. Wellet. Oh, wie schön. Ach, wie schön mit Gras hier auf der Straße. Aber jetzt habe ich Hunger. Warte mal. Wir geben mal kurz was. Ja, äh, heute gehen wir dann mal Parktickets aus. Stellen. Au. Parktickets vor allen Dingen. Das ist für Besucher, die den Park besuchen wollen. Äh, valid. Sieht gut aus. Looking good. Was haben wir denn noch? Oha. Der steht hier auch wieder auf dem sidewalk. Genauso wie den eben, den ich da schon hatte. Parking Ticket. Äh, position and alignment. To on sidewalk. Ja, fast die Parko umgefahren hier, der Kollege. So. Das Lachen ist des Garners Lust. Hm, 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 hm. Wollte gerade nach dem Gewerbeschein fragen, aber gut. Ähm. Warte mal hier. Praktisch, dass wir natürlich direkt in der Nähe hier Parkstraßen sind. Direkt neben der Schlossallee, liebe Witze des subtilen Humors. Äh, liebe Freunde des subtilen. Warum ist das so laut? Was ist denn los hier? So, Interact. Hallo. Cut. Dankeschön. Parking Ticket. Äh, position and alignment on the sidewalk, bitte. Gänsefleisch mal ein Stückchen weiter gehen. Lecker. Der läuft doch ganz langsam, als wenn jemand in der Buchse geschissen. Was? Beide, ne? Die sind beide abgelaufen. Ha! Double kill, kill, kill. Parking Meter expired. So. Das Ganze dann bitte noch einmal bei dem anderen Fahrzeug hier drüben. Ich geh dann schon mal rüber. So, einfach mal einen abschleppen. So. Hammer, dieser. Das ist ja ein... Au. Ein Verstoß nach dem anderen. Da bin ich mit der Kamera ins Auge reingefahren. Auch nicht gut. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Oh. Gibt's denn hier leckeres? Bella Italia. Oh, ich hab Hunger. Schickes rosa Kleid. Mensch. Hat der Acid-Katalog gerade noch so hergegeben? Also ganz schön große Stadt hier, wie es scheint, ne? Was ist denn hier los? Moment, da muss ich mir einmal ein Bild der Lage machen. Hier ist... Tau-Zone Taxi... Taxi-Stand. Äh, bis wohin geht denn der? Da ist aber kein Taxi hier, ne? Die müssen wir sogar abschleppen lassen, weil er hier unberechtigt parkt. Perfekt. Fünf Punkte Abzug, weil das zu viel war. Da war einfach so ein Knöllchen. Was soll denn das? Äh, äh, gib, hab, bib, ab. Verwirrte Leute. So, was haben wir hier? Wir haben wieder Parkouren. Das sieht ja gut aus. Das ist ein Parcouren-Parcours, versteht ihr? Wegen Parcouren-Parcouren-Parcouren... Ja. Ich bin auch immer sehr, sehr betroffen, wenn ich hier... Oh. Sag mal. Die Scheibe ist ja total kaputt. Kann man da auch ein Ticket für geben? Hm. Nö, das scheint offenbar okay zu sein. Na gut. Was haben wir hier? Ah, die sieht gut aus. Oh. Na gut. Wie viel müssen wir denn davon? Oder gibt es einfach nur Bonus, mit dem wir dann am Ende des Levels was freischalten? Man weiß es nicht. Man steckt nicht drin. Hier haben wir den Mann mit dem Hötchen. Hier gibt's, ähm... Burger-Ham. Dafür steht das bestimmt. Sieht gut aus. Hm, hm, hm. Oh. Ach, das wäre so ein... Blumenständchen. Dann hätten wir der Kollegin am... Empfangsschalter hätten wir ja ganz lieb mal ein paar Blärmel mitbringen dürfen können. Was ist hier denn los? Ah, guck mal. Hier ist der Zebra-Park. Ach so. Wenn wir... Wenn wir die Tätigkeit von anderen Kollegen übernehmen, werden wir entlassen. Kameradschaft bei der Polizei. Wer kennt sie nicht? Na gut. Was? Ach so, ich dachte... Raketenanzug auf dem Rücken. Schalili, schalalala. Ich glaube, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich auf eure Kommentare und Feedback, Daumen, Abos, Likes und so weiter. Denn ohne euch. Ohne dich. Macht dieser Kanal keinen Sinn. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann vielleicht mit ein bisschen mehr... Abwechslung. Abwechslung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.